Was ist das? Ich begrüße es schon. 9.27. Hallo bei Super Mario Bros. Welt 6 steht in dem Programm. 6.10, dann gucken wir so wie der Teil 4 geht. Ja, okay. Alles gut, ist die Natur erwünschen. Ei, ei, ei. Du merkst dich schon. Es geht los Richtung Welt 8. Gehen wir mal aggressiv. Wann das war nicht gut? Schauen wir mal, wo ist immer drin? Merci Grafikbox. Die Tür geht für dich auch schlecht hin. Vier Satz hat ich mir gezogen. Vier Gold hat ich bin heute zu finishen. Ich geb's so bemerkt an, Urlo. Du hattest gemengt, das wäre schwarz. Eine schwarze Mauer. Anscheinend werde ich schwarze. Doch, oh nein. So geht es darum gut hin. Mit vier Satz guter Gehalte. Das ist schon mal so ein bisschen durchgelebt. Eieieieieieieiei. So, wir schauen uns an. So, wir schauen uns an. Oh, wenn mir schon mal ein Lach gefallen will. So, Flodders. Jetzt 20-17 Jahre von der schwarzen Lach. Aber wie gesagt, vielleicht habe ich im YouTube-Channel. Wann die Branche zu schnach bei Main 24. Nur, wir schauen uns an. Oh, hast du dich wohl gut gemacht? Hast du dich perfekt? Lock ich da. Ja, da kannst du nicht viel machen, Kollege. So, lass uns attackieren. Nicht. Ach, es ist hier im Furcht. Bis noch fährt, bis ich rumdose. So, du gehst so... What? Die geht nur links? Okay. Sie können, äh, so machen wir ja deren Spiel. So, das ist blöd. Spikes wie schon. Ja, geht, geht kacken. Wie gesagt. Du soll ihn aufhängen. Nein, das ist auch nicht schlimm. Sie gefällt sich natürlich schon so für Ex-State durch. Ich bin ein bisschen geräumt und kann eine spannende Konkurrenz machen. So, ich mache ihn. Ja, ich stelle mich lang von 9.3, das sieht ja ziemlich cool aus. Lief den Spikes, aber ich meine, ich muss kein Ziel erreichen. Ich muss ihn retten, ne? Kleines Thema für heute. So, ich spiele aus und dann schaue ich an. Das ist hier bei Speedtons, also von diversen Spielern. Zählen wir mal, ob ihr den in der Peer guckt oder ob ihr den in der Peer guckt habt. Ja, Speedtons hier im Land wäre doch gespielt, bis wir im Grab gehen. Ich meine, oder VGLU wird geschworen, den Paper Mario machen, ne? Und dann haben wir doch gepackt. Da fühlen Super Mario Bros. ein bisschen gelitten. Mit 6.10 haben wir ja auch, dass ich sie gepackt habe. Auch mit einer unnötigen Dota gebe ich mal überhaupt an. Gucken wir mal, es ist 6.2, ne? Nicht gesehen, wir hören ganz neutral aus. Ja, wie da ich meinen Todblick hier wegschrappe, ne? Wieso ist da drübsprungen? Ja... Oh Gott. Boah, das habe ich mir auch schon gesehen. Also logisch, ich bin schon für Dritte. Da sehe ich mir sicher, dass ich nicht mal das zweimal schon gesehen, ne? Jo, gehen wir halt ein bisschen Münze fahren, wenn wir in eurem Klieb rauszüge eigentlich nicht drüb tippen, ne? Da wirst du ja bescheid, kann ja. Ich kann nicht nachher machen, doch im Neujahr. Keine Stunde, die, die, ähm... Die Sprung, die Merwin, wie du immer kannst, soll meine Klieb rauszüge. Warte, du musst klicken, ne? Die anderen sind mir gerade egal, weil ich... Eher steht in der Level, wenn ich noch mal springe, ne? Ich springe mal einmal rüber. Hoffen wir mal, dass du in, äh... ... in, äh... ... in, äh... ... Schuhe muss da sehen, oder? Oh, das war ein wenig falsch, Nintendo. Die ist weg, alle kommen schon wieder rüber. Pfff... Pfff... Das war eine Chance. Voila, der Mario springt. Oh, er springt. Gut. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ich gehe drüber. Ich rieche nicht. Ich rieche... ... dass Mario den... ... den Arsch abgerabt kriegt von... ... den... ... Piranha-Planzen. Gebe ich mir einfach behaupten. Dann haben wir dir... ... die Tiere im Kronter und schon... Hm... Oh, das war eine Chance. So, an... ... aber wir probieren das dort einmal. Ja, zack, zack. Komm, trau dich mal. Yes! Du bist ein bisschen gut gepackt. Yes! Ach, könnt's auch immer raus. Nee, wir wären wahrscheinlich so close... ... unter Zählin drinnen. Oh, nein. Wir gehen also raus. Der Weep hat mir gesagt, ... dass der Death-Counter... ... soll nicht dreistellig gehen. Ich hoffe, ich packe nicht... ... wie ein anderer da zu bleiben. Ich warte hier auch schon so, wo geht's. Weil ich nicht weiß, wie der Rest nicht. Komm, wir noch zu Bettner und dem Heu-Pacht. Und wir gehen mal in Führung, ja. Aber da wären wir ja schon dumm. Ich probier auch... ... nein, kein Mario-Go. Aber da sollte man uns eine Tee mehr mehr packen. ... in der Dijon-Sferis. Oh, nein. Guck mal, nein, kein Rup zu kommen. Nein, kein Rup zu kommen. Nein, kein Rup zu kommen. Ach, verdammt. Wir haben da gezupft. Ich meine, ich hab besser gehört, Spielhaut. Was die Fangern zu los sind. Oh, wir kommen schon in die Piranha, denkst du rup. Jump, jump, oder was läuft. Ja, ja. Wir sprangen hier rupen, wir sprangen hier rupen. Ich kriege nur noch Gamer, aber schon bei 6.2. Ich weiß nicht, wir sind Schwänzen noch bei 6.3, also x.3. Ich hab mal gepackt. Ei, ei, ei. Und hier, wo er so aufhängt. Ich weiß nicht. Das geht chaotisch. Ich weiß nicht, was ich mache. Oh, nein. Da kann ich auch mein Kollege. Wir warten mal mit meinem Dreck, bis die lerne ich das. Die Jampi kann fliegen, anscheinend bei. So, Mario. Willst du ein bisschen trinken? Nein, brauchen wir nicht. Dann hat man 6.2 auch gepackt, und dann wird es 2 bis 3 Level los. Ich will nicht wissen, was los ist, aber ich kann es auch 6.3. Ich hab nur 6.2 fertig gemacht, ich hab eigentlich sowas. Voila. Dann geht das 4 rum, 2 Leben. Wahrscheinlich geht das Spock noch nicht morgen. Ziemlich. Unmählich. Die Farbe sind anscheinend, wie bläsch, heute Dachs gehen. Oh Gott. Wenn ich so ein Level gut oder Trampolin. Okay. Wenn ich heute noch 10 Devs bleiben, dann ist alles gut gegangen. Voila. Durch den nächsten Dev, Mario geht ein Trampolin in der Erde, das ist sowieso nicht. Länger Matratz besser gesagt, für dort zu landen. Und wenn ich es nicht fand, ich will schon verbehebten. Wir klemmen dann noch ein Rumpf, und nach ein Kämmer, und nach ein Kämmer lang, wenn es das gemacht wird. Tipptopp. Ja. Das Lärer ist zu flott, aber wir gehen nicht nach ein Kämmer. Yes. Das war's dann Game Over, das nächste, für das Jahr. Alla, jetzt sind wir da, 6.3 geht 4 an. Wir sprangen da, wir haben natürlich auch schon gesehen, dass wir das können mal richtig machen. Voila, das haben wir auch nicht gepackt haben. Alla, G3 4 an, können wir... Gott. Ok, Kommentar... Ah, Après, versuchen wir zu flottern. Doing, doing, doing! Das ist ja schon für mein Spiel. Erst welche, dann werden wir die 1.337 ž Arbeitszeit seem das zu genießen, und wenn ihr da Platform langsamento-е ... Oh Gott... Deathcounter, du kriegst heute nichts zu dienen, also zu erzählen, du schau nicht, ne? Anders musst du doch nicht ausnutzen, oder? Das würde ich jetzt bei dir sagen. Ahm, Narenke... Mario... Hast du zu viel getrunken, die lässt dich... Ja, ja... Definitiv, ja! So, da haben wir gepackt, der Top-Ilder-Führung her... Oh, ne, ach, ne, jetzt geht er rauf an Österven... Top-Lunsch, wenn ich kein bisschen konzentriert hätte, hätte ich für den Drain-Screen... Forget it! So, kein Klirven, dann aus der Fenster raus, ne? An Narenversuch, Friedrich, ob der nächste Game-Over gibt, ich mir behaupte, ne? Wir kreien den Trampolin mittlerweile aber hier hinten... Ja, top! Wirklich, top! Wie oft sind ich bei dem Trampolin da gescheitert? Ich meine, ich kann anfangen, ne? Bis gleich rum. Da sind wir dann rum... Ich habe gehört, dass wir probieren und da reinkehren, und da reinkehren, und da reinkehren... Dann machen wir noch ein paar, so endlich wie lange, also bei meiner Brusten... Schnittpunkt aus Erricht, gebe ich mal behaupte, ne? Der Lieblingstrampiln... ... äh, Trampolin... ... habe ich schon, äh... ... den Trampolin im Jahr ausgescheitert gegessen, weil sie immer schon... ... 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